Oh, you won't be forgotten. You will be celebrated forever. Komisch. 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 keine Ahnung was für ein Schiller ist und da das geht nicht ab das geht nicht ab wo ich durch muss ich hab doch noch gesessen ist erzeugt zu werden wer da in der Wand ist das da noch die Wand ja die Bricht auf das war aber kann es auch mehrere Lösungen machen anscheinend ja wohl soll man das auch wissen ja so und jetzt wie soll ich mit dem Bett irgendwas oder ach lass die Stange wieder kann ich da ja ich hab grad auch so ne Hand wieder gesehen da drüben ja ah ok oh ah endlich endlich ah was für ein scheiß ey das ist unglaublich warum das scheiß Ding nicht abgehen vor allem wo er sommer ist denn genau wissen das war immer das unterer Abricht dass man so machen muss wenn das obere Abricht so durchkommt recht beschwert der Geist der Zustand ist ganz gut aber ist es aber das geht es jetzt weiter ich dachte schon aus dem ne das kann aber nicht sein wir sind einfach nur zu dumm gewesen ja Schlüssel country reached äh müssen wir wohl irgendwo wasser durchlaufen lassen oder sowas war da glaube ich nicht geistiger zu schoen sich für den Arsch ja ich weiß das ist auch meine das ist unglaublich warum geht die Scheiße nicht ab warum geht das nicht ab wie lange wir da dran gehockt haben und nur um das ja schützchen Wodka Schluck Wodka um irgendwo boah der hat Macken gerade aber unglaublich machen gerade ob hier einen Eimer ist unterm Bett was ja ich sehe es nur der die Steuerung ist gerade unglaublich schwammig ich kann ihn nicht sagen ich kann ich nicht vorstellen gerade nichts zielen oder sowas darf mir gerade eine Kakerlake übers Gesicht wie das eben mit Tafel ist ja zugemüllt diese Kakerlake ich will dann liebens auch Mulchill hau drauf los hau drauf ja ja das ist ja nicht mal einer nun kann ich noch meinen PC wieder äh Fernseher anschießen aber das will ich auch nicht unbedingt machen da muss ich wieder alles abschließen und so nö das ist nicht keiner einfach mein Fernseher ne aufm Schreibtisch aber jetzt muss ich schon da stehen bleiben der ist wird nicht passen bei mir was die Key nö bei mir der ist schon breit genug mein Schreibtisch da passt das zum Glück ja doch der ist schon breit genug nur der wäre dann genauso groß wie der Tisch jetzt lockt ja ich bin nun 2 und 3 Zoll Fernseher aber ich hab m 42 43 so ja im Grund zumal so noch ein 42 oder 6 wird so sowieso es nicht tun aber das ist auf jeden Fall groß so ganz neu von Toshiba mhm mhm er hat ja ne mit den Fernseher nehmen da ist die Auflösung viel zu klein weil da kann ich nicht mehr so groß machen wie ich jetzt auch brennen was ist das brenn einfach was ist das weiß ich nicht warum geht das in die Richtung auch nein nein geh weg dummes Ding lauf du dreckige Schlampe lauf das ist lang scheiße zu was ist das zur Halle Nein da noch kein Wasser nur also noch ein Ende haben wir schon auf jeden Fall gesehen ja ha 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 ungebeult das ist grad so unglaublich laut da doch rein boah ist das laut boah ist das laut boah ist das laut Ja, ein Ende haben wir schon mal gesehen, ne? Wir verrecken einfach. Ach, jetzt bin ich hier wieder oben. Doch nicht. Ja, jetzt muss ich jetzt zum Orb. Ich muss zum Orb wieder gehen. Bis das da zusammensetzen. Ach nein. Boah, ich dachte schon... Doch, doch, ich will hier an Fall. Ich hab grad gedacht, nein, jetzt wenn der wieder auf... Nein, wenn der jetzt wieder aufwacht in der Scheiße. Dann lach ich dich aus. Ich würde sagen, es gibt schon drei Enden. Einmal hier, wenn du den Typen rettest, gibt's bestimmt ein anderes Ende. Okay. Okay. Dann gibt's bestimmt noch ein Ende, was wir jetzt bekommen und das eine Ende, was wir gerade eben hatten. Ja, ich hab den einen ja nicht gerettet, außer den Agrippa. Alexandra. Alexandra auch genannt. Ne, Alex, der ist ja ein anderer. Wir waren nochmal Alexandra. Oder doch. Mit zweitnamen vielleicht. Oder einer. Ach so, ich dachte, Alexander meinst du. Hm. Ich glaub, das ist ein Dorf, okay. Ich glaub, das ist ein Dorf, okay. Mhm. Im Prinzip sind sie ja selber schuld, dass es alles passiert. Mhm. Ja, sind sie auch. So. Andersrum. Oh, Mann. Hätt nix dran. Ich hab auch nix mehr mit, was ich da reinhängen würde. Noch so unglaublich viele Tinder-Boxes. Ja. 15 Stück. Ih, ist ja ekelhaft hier. Wo sind wir? Wir sind wieder zurück, da, wo wir hochgerannt sind. Ähm. Na, da. Das ist ja jetzt alles. Hm, wo muss ich wohl lang? Da oder da? Da. Da. Äh, da. Doch nicht. Ich würde sagen, das ist der einzige Weg. Ja. Würde ich auch mal so sagen. Jetzt sucht die Schlapperscheiße, da finde ich bestimmt wieder Leben. Doch nicht. Ein Wunder. Ich frag mich immer noch, was das für ein Klabberzeugt sein soll eigentlich. Ich weiß es auch nicht. Agrippas Sperma ist das. Oh, Daniel Sperma, wer weiß. Ja. Wer weiß, wenn er immer die Flashbacks hat, was der da macht, gerade. Ich hab die Fackeln noch hier schon mal alle angemacht. Oh. Sind gar keine mehr drin. Ja. Dein. Einfach drüber springen. So, lieber Agrippa. Hockt der immer noch da? Ja. Ja. Der hat jetzt gesagt, ah. Ah, ich soll mich beeilen. Okay. Gott, der hat hab ich nicht gehabt. Dei. Hast du ja nicht mehr weit bis dahin? Es kommen die Gegner nochmal ab und in der Kerke, ne? Ich renne jetzt einfach weiter Das blick passt gerade auch irgendwie Boah, ja Irgendwie schon Boah, ich wette, da kommen jetzt wieder Viecher Bestimmt Ja, mit Sicherheit Wie immer Ah, da ist einer Hinten Ist da wirklich einer Ja, da war links einer Ja, okay Ja, wir durchrennen Ja, genau Dieses Glipperzeug, ich finde das so ekelhaft Ja, ekelig Oh, schon kaputt gegangen Mal hinten gucken Auch die Brücke ist auch kaputt gegangen So, und jetzt Aber, Kadabra Ja Guck dir zu, schnell So, und dann setzen wir mal die Scheiße zusammen Ta-ta-ta Du musst dieses Zeug da drauf klatschen Unten links Achso, ja Ne, das ist, äh, Terror Ja, genau Ja, okay Ach, jetzt verdammt das alles, genau Das ist immer nicht das selbe Farbe Obwohl du das im Metall andere Farbe hat Ja Die wird zusammen gesetzt So, und ein Teil noch Zack Ta-ta-ta-ta Oh, das sieht alles aus Schnell, bevor einer kommt Oh, ich dachte Oh, ich dachte Auch Hund Ich muss mal Ich lau da Hast ja noch ein bisschen Ja, leben Ich dachte, tausend Zünderwüchsen und Ja Ich da jetzt reinrennen Das ist, wenn er es anfasst Ja, habe ich ja Achso, okay Vielleicht noch ein bisschen abwarten, ne Ja Oder jetzt einfach mal den O-B anfassen Fass es an Wähl nicht Hm Die wollen mich doch hier alle verarschen Schieten da, ne Irgendwas muss mit der Maschine noch passieren Ach Nein, doch Ich muss hinten mit der Maschine noch irgendwas machen Na, ganz toll Ja, jetzt ist wahrscheinlich auch die Tür auf Aber da ist ein Monster Bis auch, dass du doch, ne Ich habe es noch ein Pfälz Boah, die Steuerung ist wieder so verdammt schwammig Haben die halt versucht, realistisch zu machen Deswegen Ja Hallo, Monster weg Kein Monster da Monster Türe aufgebrochen Oh, cool Ach, ich muss die Zahnräde rein Zahnräde Ein bisschen Öl Mit der Fackel davor rumfuchteln ist auch gut Irgendwann musst du da auf jeden Fall machen Aber da sind noch Zahnräder, siehst du das? Ja Ich mach mal die Tür zu mir Sicher ist sicher Und noch ein Note ist hinter da Und noch ein Note ist hinter da Ja, da ist eine Frau abgehauen Ich seh es Ja, er sagt, ich lese es Was ist denn da noch? Oh Das ist nicht so nett Da ist es nicht so nett Da ist es wirklich nicht Zahnräder sind ja alle kaputt Was ist denn da noch ein bisschen Keine Ahnung, weiß ich auch nicht Kotsch Ich muss irgendwas mit dem mit dem machen hier oder was? Ja Ah, da ist der beste Schnee Kannst du auch nicht benutzen? Ja Das ist merkwürdig Ich bin nur zu Seil Wir sind grad nur die Räder, mit denen ich was machen kann Aber was? Ja, ich bin ganz süß im Arme angucken Was Ach, ich weiß glaube ich was Was ist das von der Maschine? Das ist ein Stück Metall da unten das auf dem Boden liegt Ja Da muss bestimmt ein Ölteil davor machen Ah Dass Öl daraus trüpf und damit ein Hammerbischof vielleicht festmachen muss Ich weiß nicht Also ich denke ich hab mir jetzt nicht anguckt Ja, und dann muss er dann machen Also mit Öl Sieht nicht so aus, als ob ich da was machen kann Ich guck mal, ob die Bier zu machen Das ist nicht groß genug Ne, ich muss da was reinstecken, ok Ist so viel grad irgendwas So viel grad irgendwas Die Brechstange vielleicht? Das geht euch nicht gut Kann ich nicht benutzen Mhm, hab's gut auch gesehen Aber ein Stück Metall kannst du da reinwerfen? Ja, hatte ich grad schon, das stand nicht groß genug Und der, die das machen? Die Tür da rein Ich Ach, das Hier ist bestimmt irgendwas Großes noch Ein Stein, wie wär's damit? Ein Rohr ist auch noch da oben Ein Rohr ist auch noch da oben Was nehmen die denn? Bums Jawohl Hat's schon zu viel? Hat's schon zu viel? Hab's schon kaputt gemacht, ja Aber jetzt musst du bestimmt wieder oben hin zum Portal glaub ich Ja Agrippa the Dineman Fektonic Made to save Ähm